Was haben wir mit den letzten Spielen trainiert? Ich glaube, wir haben mehr trainiert. Wir konnten mehr 6 gegen 6 spielen. Zum Vergleich mit dem letzten Spiel. Die Trainings waren viel besser. Deswegen haben wir heute gut gespielt. Wenn wir 3-1 gewinnen, kann man schon zufrieden sein. Für mich selbst fand ich es etwas up and down. Aber 3 Punkte, das ist das Wichtigste. Ich glaube, wir haben jetzt 2 sehr wichtige Spiele. Auswärts gegen Aachen ist immer schwierig. Und Stuttgart ist natürlich eine starke Mannschaft. Aber ich hoffe, dass wir auf jeden Fall noch Punkte bekommen können. Und dann mal gucken, wie es in der Tabelle geht. Nein, nichts, nichts. Ich meine, das ist ein Mannsvolleyball. Es passiert immer. Es passiert eigentlich viel. Das erste Set ist sehr einfach. Normalerweise funktioniert das zweite. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Es ist eine Art nicht geschrieben. Ich glaube, in jedem Spiel ist es das gleiche. Wenn sie gleiche Teams haben, wenn der erste Set ist sehr, sehr einfach, wenn der zweite Set passiert, etwas passiert. Es ist okay. Also, Wiesbaden ist ein guter Team. Es war okay. Es war gut, dass nach Laura zurückgekommen, von ihrer Injury, sie gab uns viel Stabilität in der Reception. und sie hat mit der Highball gewonnen. Wir arbeiten als Team. Ich glaube, es war sehr gut. Diese Viertel war sehr wichtig für alles. Wir haben Stuttgart und Aachen. Aachen und Aachen sind ein schweres Spiel. Es war sehr, sehr wichtig. Es war sehr wichtig für unsere Möglichkeiten, für die vierte. Und zu bleiben und sehen, was passiert. Wenn wir die drei Punkte gegen Aachen haben, wir haben, was passiert, mit uns gegen Stuttgart und Schwering gegen Stuttgart, für unsere Chance zu sein. Es war sehr, sehr wichtig. Es war sehr, sehr wichtig. Yes.